Wir erklären der neue Einfachlohn. Das ist Klaus. Klaus lässt seine Lohnabrechnung über den Steuerberater erledigen. Er findet das viel zu teuer. Petra hat sich eine Software gekauft. Sie findet die Software aber viel zu kompliziert und die ständigen teuren Updates ärgern sie. Eine neue Lösung muss her. Petra und Klaus brauchen keine Lohnkenntnisse. Über die einfache und intuitiv zu bedienende Oberfläche geben sie nur einmal die Firmen- und Mitarbeiterdaten ein und starten die Abrechnung. Egal ob von einem PC, iPad oder Smartphone. Und das ohne Installation, ohne Updates und ohne Mindestvertragslaufzeit. Sofort nach der Abrechnung stehen die Lohnscheine, die gesetzlichen Meldungen, die automatisch an die Kassen und Ämter versendet werden, oder Krankenscheine zur Verfügung und können wahlweise selbst oder durch Einfachlohn ausgedruckt und verschickt werden. Auch die Verbuchung der Lohnabrechnung gehört der Vergangenheit an. Klaus und Petra steht eine Finanzbuchhaltungsdatei mit allen Buchungen zur Verfügung. Diese kann einfach an den Steuerberater weitergeschickt oder für die eigene Finanzbuchhaltung genutzt werden. Ebenso stehen Ihnen juristisch geprüfte Musterarbeitsverträge für Vollzeit-, Teilzeit- oder geringfügig Beschäftigte zur Verfügung. Aber auch Zeugnisvorlagen und Abmahnungen können mit den Daten der Mitarbeiter vorausgefüllt und jener Zeit vollautomatisch durch das System erstellt werden. Neben der eigentlichen Lohnbuchhaltung können Sie Einfachlohn auch zur Urlaubsplanung und zur Arbeitsstundenverwaltung nutzen. Und das alles sehr einfach und schnell. Kommen Fragen oder Probleme mit Einfachlohn auf, steht Ihnen unser Support und unsere umfangreichen Hilfeseiten ständig zur Verfügung. Klaus und Petra sind begeistert. Testen auch Sie Einfachlohn 30 Tage unverbindlich und kostenlos auf www.einfachlohn.de Oder schauen Sie in unsere Referenzen, um zu erfahren, was Kunden über Einfachlohn sagen.